Wir machen mal ein Krypto-News-Update. Hey und willkommen bei der Krypto-Häule. Viele haben im Moment gefragt, wann kommt eigentlich mal wieder ein neues Video. Im Moment bist du nicht so aktiv, aber im Live-Team gibst du dann wieder Gas. Der war übrigens sehr cool am Sonntag, anderthalb Stunde. Der Chat war voll, viele Leute da, so wünschen wir das, jeden Sonntag 21 Uhr. Freut uns, wenn ihr dann dabei seid, live. Ihr könnt eure Fragen loswerden, rund um Krypto, um Projekte und auch Meinungen von uns zu Projekten, aber auch andere Sachen. Und normale Videos, ja, kamen nicht. Dafür haben wir mehr ein bisschen den Fokus gelegt auf Posts, rund um Projekte und Informationen um gewisse Projekte, für die sich im Moment sehr viele in unserer Community, in unserer kostenlosen Telegram-Gruppe, sehr viele interessieren. Und jetzt mal wieder ein Video und ich habe mir gedacht, wir machen mal wieder ein Krypto-News-Video. Sprich, in diesem Video werden wir verschiedene News durchgehen und immer mit einem kurzen Cut geht es dann zur nächsten News. Und da seid ihr herzlich eingeladen. Das werden wir jetzt öfters machen, denke ich mal, weil im Moment wieder mehr passiert. Wir kommen langsam aus dem Sommerloch raus und immer mal wieder ein Video über ein bestimmtes Thema zu machen, ist ziemlich schwierig, weil man möchte eigentlich sehr viele Themen ansprechen. Und deswegen gehen wir hier in dieses Krypto-News-Video. Viel Spaß dabei! Starten wir mit dem Bitcoin-Preis. Den interessieren natürlich viele Leute rund um den Krypto-Bereich. Und da sehen wir ganz klar, Bitcoin ist im Moment, ja, es geht gerade nach unten nicht so schön. Ich kann euch sagen, die Welt haben wieder ihres dabei getan. Sie haben jetzt zweimal gedampft in den letzten zwei Tagen und deswegen geht es auch hier nach unten. Aber wir müssen natürlich ehrlich sein, bei den Aktien sieht es im Moment auch nicht so schön aus. Nachdem es ja letzte Woche hochging und auch die letzten zwei Tage, geht es jetzt auch wieder nach unten. Und das sehen wir ganz klar deutlich. Und da lässt sich der Bitcoin natürlich mitziehen. Und wenn wir hier die Kryptos anschauen, ab hier Bitcoin und darunter gehen die Kryptos. Sehr wenig bis gar nichts grün in dieser Stelle. Außer Chilis hier an dieser Stelle. Bei Chilis, ja, rund um diese Barcelona-Sache und weitere neue Fan-Token. Da könnte wieder mehr passieren und mehr Schwung reinkommen. Aber sonst sehen wir, ja, wir denken eigentlich, dass es aus dem Sommerlach rausgeht und jetzt wieder ein bisschen anziehen könnte. Man darf jetzt gespannt sein, was die nächsten Inflationszahlen bringen. Vielleicht doch wieder eine Zins gleichbleiben, also keine Erhöhung. Vielleicht wieder weiteres Geld drucken. Man weiß es nicht. Aber wir sehen noch in den letzten Tagen, es gab wieder grüne Phasen. Dann wurde es wieder abgeflacht, dann gab es wieder grünen und so weiter. Und jetzt könnten wir in dieser roten Phase sein und dann könnte es wieder hochgehen, damit wir auch hier in diesem schönen Registionskanal bleiben. Aber, was erzähle ich euch, das sind natürlich nur alles Spekulationen. Starten wir mit den News. Schauen wir auf LF Zero. Und LF Zero ist im Moment, ja, viele sagen, sehr ruhig im Vergleich zu den letzten Wochen. Aber es muss natürlich echt sein, sie bauen, sie basteln. Und im Hintergrund wird viel gearbeitet. Und jetzt haben wir ein neues Listing und zwar auf BitRu. Denken wir uns, was ist das denn? Welche Börse ist das? Dazu haben sie einen kleinen Contest erstmal gemacht, um hier auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf dieses Listing zu bringen. Dann schauen wir mal direkt nach, wo stehen sie denn? Und wir werden hier finden, wenn wir auf den Börsen schauen bei CoinMarketCap, werden wir sie finden auf Platz 29. Also doch gar nicht so unbekannt. Aber wir müssen natürlich ehrlich sein, die Liste der Börsen ist lang und da auf Platz 29 ist gar nicht so verkehrt. Mir war die Börse auch sehr fremd. Aber immerhin ein weiteres Listing für A Zero und das natürlich sehr, sehr gut. Bleiben wir kurz bei A Zero und sehen hier eine Market Reflection Seite. Also die reflektieren den Markt und geben so ein bisschen die Tipps und sagen auch, was sie im Moment sich anschauen. Und sie sagen, dass sie sich diese Layer 1 in den nächsten Zyklen anschauen werden. Und sie fragen, wenn die dominieren, aber das ist die, die auf unserem Radar sind. Und zwar Cas Casper. Habt ihr vielleicht in unserer Telegram-Gruppe schon gehört? Wird es demnächst auch ein Tweet zugeben. A-Round und A Zero. Sehr spannend, muss man sagen. Diese Seite ist auch nicht besonders unbekannt. Und zwar 50.000 Follower. Und da sind auch sehr viele große Follower dabei. Wenn man auf ihre Follower klickt. Da sind auch viele große mit über 100.000 und noch mehr dabei. Also es ist sehr spannend zu sehen, wie viele Leute solche neuen Projekte, reden wir jetzt von A Zero und Casper, auf den Radar haben. Und das ist nicht Casper mit A-R, sondern das ist Caspar mit A am Ende. Und da muss man ganz ehrlich sein, da kann es sehr spannend werden, wenn auch solche Projekte auf so welchen Radars auftauchen. Weil gerade Casper ist auch ein Projekt, wo ich ganz klar sage, das sollte sich eigentlich auch ein Bitcoin-Maximalist anschauen. Weil es ist von den Grundstrukturen auch her wie ein Bitcoin. Das ist ein Proof of Work. Es gibt keine Chefs, es gibt Miner und die bestimmen im Prinzip, was abgeht. Sie können mitbestimmen, was machen wir, wo werden wir gelistet und so weiter. Und natürlich hat man da nicht so ein Kapital. Es gab kein ICO, es gab ein Pre-Mining. Die Miner konnten meinen, jetzt ist man auf den ersten drei Börsen. Weitere Börsen werden wahrscheinlich folgen. Das ist ein sehr spannendes Projekt, muss man ganz ehrlich sagen. Und es ist sehr im Untergrund, weil es natürlich nicht auf so großen Börsen ist. Dadurch, dass sie kein Marketing haben, beziehungsweise kein Marketing-Budget, kein CMO, Marketing-Officer, so hat man auch kein Geld, um zu sagen, so wir listen uns jetzt mal bei Börse X oder Y. Weil natürlich, wenn man bei solchen Börsen anfragt, sagt die, ja was gibt der denn? Und wenn das natürlich nur eine Community ist mit Minern und Leuten, die da rausragen, die dann Admin sind und so weiter, dann kann man natürlich nicht hingehen und sagen, jeder nimmt ein bisschen Geld in die Hand und sorgt für ein Listing des Projekts. Das macht natürlich auch keiner. Aber sehr spannend, das zu sehen und deswegen darf man da sehr gespannt sein. Und hier natürlich auch, wenn ihr mehr über Casper wissen wollt, kostenlose Telegram-Gruppe von uns oder ein bisschen noch warten, bis ein Tweet von uns rund um dieses Projekt kommt. Dann hatten wir ein kleines Giveaway zusammen mit unserer Partnerbörse BitGat. Sie verlosen aktuell, und das läuft noch, das läuft noch zwölf Tage, und zwar könnt ihr kostenlose BGB-Token gewinnen bzw. verdienen, indem ihr euch einfach hier bei Glamour Euro verbindet, euren Telegram-Account bzw. Handle, euren Twitter-Account einfach verbinden und dann diese Aufgaben machen und zwar entweder bei BitGat einfach registrieren, dann Telegram von BitGat von uns und dir auf Twitter diesen zwei Kanälen folgen und schon habt ihr bis zu 30 kostenlose BGB-Token, die unsere Partnerbörse hier einfach mal ausschüttet für unsere Community und alle, die Spaß an kostenlosen Token haben. Jetzt habe ich schon über diese Posts gesprochen, die wir ja machen rund um Projekte und hier seht ihr mal einen davon. Und zwar haben wir hier über das Thema Master nochmal gesprochen, über diese Blockchain und ihr seht dann hier solche kurzen Bilder, mit denen wir dann auch demnächst wieder in Videos weiterarbeiten werden. Aber vor den Videos werdet ihr die hier sehen, auf Instagram, aber auch auf Twitter und dieser Tweet, der geht ziemlich lang. Also schaut euch das gerne an und dann werdet ihr natürlich auch interessante Sachen rund um neue Projekte, die wir vielleicht noch nicht auf YouTube vorgestellt haben und natürlich auch interessante Sachen rund um die Projekte, die wir hier schon vorgestellt haben, erfahren. Weil wir sind immer noch der Meinung, auf uns rollt eine große Layer-1-Welle zu und Massa, A-Zero, aber auch weitere, die wir hier weiterhin vorstellen werden, die werden sehr, sehr interessant sein und werden noch sehr viele Leute interessieren in naher Zukunft. Kommen wir zu Holowide. Bei Holowide ist es ja leider so, Nils Wollny hat es ja hier auf unserem YouTube-Kanal im Talk erzählt, dass sie ja eventuell auf einer Veranstaltung in Köln, auf einer Messe mit Spielen und so weiter sein werden. Dem ist ja leider nicht so. Sprich, Holowide ist nicht auf der Gamescom dieses Jahr in Köln, aber sie führen jetzt weitere Tests durch und das ist sehr spannend. Und zwar, Nils hat hier etwas geschrieben, was sehr interessant ist und zwar, sie führen jetzt mit vier Holowide-Fahrzeugen, so sehen die aus, Tests in ganz Europa durch und das kann man sich anschauen und wenn man sie dort sieht, aktuell sind sie in Portugal und Spanien unterwegs, er wird dann ab und zu mal was posten, wo sie gerade sind, dann einfach mal ein Snapshot machen, beziehungsweise einfach mal ein Bild machen und das hat man hier an dieser Stelle gemacht in Malaga in Spanien. Also, falls ihr zufällig gerade in Portugal oder Spanien unterwegs seid, dann vielleicht mal schauen, was auf den Straßen rumfährt und so ein Foto schießen, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Aber wir sehen, das Ganze geht voran und der Launch ist ja für diesen Herbst geplant. Ich war also immer noch auf einen Preis rund um dieses Set von Holowide, die Brille und den Joystick, was das Ganze kosten soll. Auf jeden Fall sind die neuen Audis mit ihren Systemen schon Holowide-fähig. Das ist sehr, sehr spannend. Ein weiteres sehr interessantes Thema, muss man wirklich sagen, weil hier steht etwas an, was auch ein bisschen die Kryptowelt wieder verändern könnte. Und zwar, ich habe es hier geschrieben, heute Morgen noch, bei uns in der Telegram-Gruppe, und zwar, bei der nächsten Börse sieht es was komisch aus. Aber Rettung ist in Sicht. Der Mitbegründer von Wobi, Lee mit Nachnamen, möchte seine Anteile verkaufen. Das sind 60% von Wobi. Und wir wissen ja alle, alles, was über 51% ist, ist ja volles Stimmrecht. Sprich, hier geht man, wenn das verkauft werden sollte, von einer kompletten Übernahme aus. Und Käufer, mit denen auch schon Gespräche geführt worden sind, sind Sam Bankman-Freak, der CEO und Gründer von FTX, und Justin Sun, der Gründer von Tron. Also darf man sehr gespannt sein. Gehen wir auch noch auf den Artikel ein. Der ist von Kryptoguru und der ist auch schon ein paar Tage alt. Also ich habe die News ziemlich spät gelesen. Aber, seien wir ganz ehrlich, das könnte sehr interessant sein. Und zwar, wenn der Wobi-Mitbegründer seinen Ausstieg in Höhe von 1 Milliarde Dollar zu verwirklichen, dann könnte sehr spannend sein, wer das Ganze übernimmt. Wenn nämlich der Gründer Sam Bankman-Freak von FTX das Ganze übernehmen sollte, dann hat man ja fast schon zwei große Börsen. Und schauen wir nochmal auf die Liste der Börsen. Dann hat man hier FTX und auch schon Hobi Global. Das ist ja auf Platz 9 und auf Platz 3 zwei sehr starke Börsen in einer Hand. Man hofft eigentlich, dass es nicht passiert, weil, wie gesagt, man hätte ziemlich viele Macht in dieser Stelle. Justin Sun ist der zweite Anwärter, der schon öffentlich genannt wurde. Und er als Tron-Gründer, er hat ja sehr viele kleinere Projekte gekauft, die dann auf die Tron-Blockchain gebracht. Deswegen, man weiß nicht, was da so kommt, aber mehr ist bis jetzt noch nicht bekannt. Deswegen, man darf sehr gespannt sein. Vielleicht kommt ja auch noch jemand ganz anderes. Auf jeden Fall kann ja auch sein, dass diese 60% einfach aufgeteilt werden unter den Aktionären. Man darf echt gespannt sein, was da kommt. Und das Ganze ist geschuldet natürlich durch den Bärenmarkt, weil im Bärenmarkt hat Hobi auch Leute entlassen müssen und natürlich auch gewisse Programme streichen müssen. Das Thema Krypto-Events habt ihr ja auch schon gehört. Und zwar haben wir ja auch darüber gesprochen bei dem Thema, dass die zwei Events, Krypto-Rockstars und Blockchains, dieses Jahr abgesagt wurden. Dass die Börsen und auch Krypto-Projekte im Allgemeinen wenig Budget haben und auch hier bei Hobi wurde da Budget gestrichen, was natürlich nicht so schön ist. Gleichzeitig, wenn wir über Börsenübernahme sprechen, hier in diesem Artikel, und zwar das Thema Celsius und die Übernahme ihrer Krypto-Assets, wurde ja von Ripple so angedeutet. War das eine PR-Aktion oder prüfen sie das wirklich? Das ist die große Frage. Aber man muss ehrlich sein, wenn man hier sehr günstig die Krypto-Assets von Celsius kaufen kann, um sie vor einem Insolvenzverfahren zu retten, dann kann ich mir vorstellen, dass hier Leute noch sehr aufmerksam werden auf dieses ganze Thema Celsius und ihre Krypto-Assets. Deswegen, ob das wirklich Ripple macht, man weiß es nicht. Sie haben ja selber noch immer ihre Probleme, auch wenn es jetzt kurz vor einem weiteren Sieg gegen die SEC vor Gericht steht. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Bleibt dieses Thema spannend. Also hoffen wir, dass eigentlich keine Übernahme stattfindet, weil natürlich FTX auch schon sehr mächtig ist. Das Thema die Außenwelt und die Kryptowelt ist immer sehr spannend, weil wie viele Institutionelle sind eigentlich wirklich in der Kryptobranche? Und da gibt es ein spannendes Bild und auch einen Artikel mittlerweile dazu. Dieses Bild geht im Moment sehr viel rum, muss man ehrlich sagen. Ich habe das einfach mal von ZZ geteilt. Und zwar, das sind die Unternehmen, die bereits im Kryptomarkt unterwegs sind. Und das sind die Krypto-Unternehmen oder Unternehmen, die im Kryptobereich investiert sind. Und da sehen wir sehr interessante Sachen wie Alphabet, was hier hinter Google steht. BlackRock, wo wir ja wissen, dass sie jetzt auch mit Coinbase zusammen bald auch einen Bitcoin-Spot-ETF machen. Wer weiß. Aber natürlich erst mal ihren Anlegern ermöglichen, direkt Bitcoin zu kaufen durch Coinbase. Das ist auch sehr interessant und für mich eines der spannendsten und bullischsten News in der letzten Zeit. Dann sehen wir morgen Stanley, Samsung, Goldman Sachs, Paypal, Microsoft und viele andere, die man vielleicht so kennt. Tencent, LG. Also sehr, sehr spannend. Das ganze Thema und dazu auch ein Bericht. Eine Studie von Blockdata, da ist das Bild auch her, zeigt, dass fast die Hälfte der 100 weltweit größten börsennominierten Unternehmen nach Marktkapitalisierung in dem Blockchain-Sektor investiert haben. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum zwischen September 21 und Mitte Juni 2022. Aber wir sehen hier ganz klar, dass hier in diesem Zeitraum sehr viel passiert ist, weil vorher war gar nicht so viel bekannt. Das ist ja, vielleicht war es ja auch vorher schon, aber jetzt ist das Ganze erst bekannt geworden. Und zwar Googles Mutterunternehmen Alphabet hat insgesamt an vier Funding-Runnen teilgenommen, die insgesamt über 1,5 Milliarden US-Dollar eingenommen haben. Die Gelder flossen demnach an diese vier Krypto-Unternehmen, die wir hier nochmal sehen. Und das ist sehr spannend zu beobachten, weil natürlich auch hier BlackRock mit FTX, einer der, wie wir ja gerade gesehen, sehr großen Börsen und zwar die drittgrößte unterwegs ist. Sehr spannender Artikel und auch noch weitere sehen wir ja hier. Alle Links natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Dann noch ganz kurz nach dem Video rund um das Kickstarter von Maxi Global, wo du einfach MX-Token halten musst, diese kurz einsetzen. Dann werden die gesperrt für einen gewissen Zeitraum und du erhältst Gratis-Token. Dieses wurde dann nach unserem Video eingestampft. Aber jetzt ist es wieder da. Im Moment könnt ihr wieder Gratis-Token halten. Das sind auch gelaufene. Jetzt hier eine aktuelle, sehen wir gerade nichts, aber wie ihr seht, kommt bald. Also das kommt bald wieder. Schaut da öfters mal wieder rein, um hier weiterhin Gratis-Token abzuräumen. Bleiben wir nochmal beim Bärenmarkt und den Börsen. Da müssen wir ganz ehrlich sein, es gab ja eine Börse, die es jetzt in Deutschland erwischt hat und zwar Nuri. Und jetzt bleibt das Ganze sehr spannend, weil wir wissen ja, durch die Solaris Bank und durch den Vault, wo du selber deine eigenen Wörter hast, also eine Non-Custodial Wallet, wo dir eigentlich nichts passieren kann. Aber die meisten raten natürlich zum Abzug der Kryptos, wo wir auch sagen, zieht sie lieber ab auf eure eigene Wallet am besten, um sicher zu sein, damit hier nichts in die Innovenzmasse gehen kann. Aber es gibt sehr spannende Sachen und da weiß man noch nicht, wer es ist, aber es gibt angeblich erste Investoren, die an einer Nuri-Übernahme interessiert sind. Das darf man sehr gerne beobachten, weil natürlich Nuri als, ich behaupte mal, große deutsche Börse, wenn nicht sogar die größte, neben Bison, darf man sehr gespannt sein, was hier passiert. Weil sie natürlich auch 200.000 Kunden haben und natürlich auch mit Partnern wie zum Beispiel Blocktrainer, der einer der größten Partner von ihnen ist, der extrem viel Wärmung für sie gemacht hat. Muss man ganz ehrlich sagen, ist natürlich auch sehr viel aufmerksam auf dieses Unternehmen Nuri. Nach ihrem Rebranding hat man da nicht mehr so viel gehört und nun sie insolvent. Aber wenn natürlich da jemand hingeht und das Ganze übernimmt, man weiß noch nicht, wer das Ganze sein kann, dann könnte diese Börse nochmal aufleben. Und dann sehen wir wieder eine deutsche Kryptobörse neben Bison, die hier weiter im Rennen ist, wo wir weiterhin unsere Kryptos ganz einfach kaufen können. Und das wäre doch gerade für den Kryptostandort Deutschland sehr gut, oder? Denkt ihr nicht? Das waren mal ein paar spannende News rund um den Kryptosektor und was ich so mir anschaue, wo ich denke, das könnte interessant sein, das sollte man am Auge behalten. Und natürlich rund um die Projekte, die wir hier vorgestellt haben, die wir auch gerne weiterhin betreuen mit Videos, die wir hier auf dem Kanal auch ein bisschen empfehlen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Wo wir sagen, die haben sehr viel Potenzial. Ich empfehle euch auf jeden Fall, schaut nochmal, falls ihr es nicht schon getan habt, das Video zu BlackRock. Was ich letzte Woche veröffentlicht habe, ich finde, das sind die bullischsten News überhaupt. Schaut euch an, was kann passieren, was heißt das eigentlich und was steht eigentlich hinter BlackRock? Wie viel Power ist das? Und das kann ich euch nur ans Herz legen, weil für mich könnte das ein ausschlaggebender Punkt sein, um zu sagen, es könnte jetzt wieder bergauf gehen. Das Sommerloch neigt sich dem Ende und so ein großer, der größte Vermögensverwalter der Welt, der ermöglicht es bald seinen Kunden Bitcoin zu kaufen und das zusammen mit Coinbase. Man darf da sehr gespannt sein. Was denkt ihr über die ganzen Themen? Sind spannende Themen für euch dabei oder sagt ihr, habe ich alles schon gesehen? Weil, wir müssen natürlich ehrlich sein, alles, was ich hier gezeigt habe, nahezu alles, findet ihr bei uns auf unserem Twitter-Kanal. Ihr seht, vieles ist hier geteilt worden, einfach mal reinschauen, aber auch noch mehr darüber hinaus. Schaut da gerne mal rein, Twitter, da erfahrt ihr schon oft etwas früher, bevor ein Video dazu kommt, weil wir müssen natürlich ehrlich sein, es ist schneller etwas getweetet, wie ein Video aufgenommen. Und auch auf Instagram und Facebook werden wir weiterhin aktiv sein, freut euch auf weitere Posts, weitere Informationen über andere Projekte und wir werden auch mal ein bisschen mehr auf die Strukturen der Projekte eingehen und vielleicht mal auch Investoren, weil ganz oft verbirgen sich hinter irgendeinem Namen ein Investor, der schon in ganz andere spannende Projekte investiert hat. Was denkt ihr darüber? Schreibt es in die Kommentare. Wollt ihr mehr davon? Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Oh, da sagt ihr, ne, mach lieber themenbezogene Videos, das war mir zu viel durcheinander. Schreibt es gerne, interessiert uns in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.